Eine Gruppe von fünf südafrikanischen Jugendlichen führt ihren persönlichen Kampf gegen die korrupte Polizei. Der junge Tao erschießt zwei Gesetzeshüter und muss deshalb eine lange Haftstrafe verbüßen. Als er anschließend ein gewaltfreies Leben in Freiheit führen will, hat sich in der Stadt längst eine andere Macht etabliert. Wird er erneut den Kampf gegen die ungerechten Autoritäten antreten? Five Fingers for Marseille aus dem Jahr 2017 von Regisseur Michael Matthews ist ein moderner Western aus Südafrika, dessen fünf Cowboys die soziopolitischen Verhältnisse vor und nach der Apartheid nachzeichnen. Zehn lange Jahre hat die Fertigstellung des Filmes gebraucht. Dafür wurden die Macher allein in ihrer Heimat mit fünf von insgesamt 13 Auszeichnungen belohnt.